Amburuhasana bedeutet Lotus-Sitz, Lotus-Stellung. Amburuha bedeutet wörtlich im Wasser wachsend, also der Lotus. Und so ist Amburuhasana ein anderer Name für Ambuja-Sana, Kamala-Sana, am bekanntesten unter dem Namen Padma-Sana. Felix zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend gibt einen Fuß auf einen Oberschenkel und einen anderen Fuß auf den anderen Oberschenkel. So bist du in Amburuhasana, dem Lotus. Wenn du mehr wissen willst, wie du die Lotus-Flexibilität erreichst, dann geh auf die Yoga-Vidya-App, die es für im Apple Store gibt oder auch im Google Play Store für Android. Und dort lernst du auch Vorübungen zum Lotus und die verschiedenen Variationen. Auch auf yoga-vidya.de kannst du ein Suchfeld eingeben. Im Lotus-Sitz und so lernst du die verschiedenen Variationen und was es zu beachten gilt für Amburuhasana, Padmasana, Lotus-Sitz. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020